So, hallo, und da wären wir zu meinem, ja, Review zu Elden Ring, mein sozusagen abschließendes Verdikt. Das klang jetzt irgendwie dämlich. Ja, aber ich hab's mir heute jetzt ein bisschen gemütlich gemacht, das ist jetzt schon ein paar Tage her, seitdem ich jetzt eigentlich richtig durch bin, also mit dem Spiel, das andere bin ich sowieso schon länger, äh, ja, und ich fühl's jetzt eigentlich für eine ganz gute Idee, es ist schon ein bisschen später, ich bin ein bisschen müde, aber das ist nicht so schlecht, weil dann kann ich mich vielleicht auf, oje, oje, auch ausgerechnet jetzt, oh, scheiße, ja, hat funktioniert, sehr schön, alles gut. Ja, seht ihr, fängt ja schon mal gut an. Ist schon ein bisschen später und heißt, ich bin auch ein bisschen müde, was jetzt nicht negativ ist. Ich bin auf jeden Fall etwas ruhiger und kann das Ganze vielleicht etwas besser in die richtigen Worte fassen, schätze ich, ja, genau. Und, äh, wo fang ich denn an? Ah, ich erzähl am besten einfach über alles. Hab ja das Spiel bisschen, bisschen eher bekommen. Konnte ja Gott sei Dank schon am Mittwoch eigentlich mit anfangen. Hab mich aber erst getraut, so Donnerstag erste Screenshots und Bilder und was weiß ich was zu posten, weil ich bin mit so Embargo-Sachen immer sehr, sehr vorsichtig und, äh, ja, allgemein. Konnte also schon ein bisschen eher anfangen. Hab die erste Aufnahme also auch direkt verkackt. Das sieht man dann auch im Part 1, weil, äh, es gab da ein PS-Update und da hat es mir die Mikrofoneinstellungen verkackt, sprich es war gemutet. Ich hab eine Stunde vor mich hingelabert, hab alles schon erklärt, bin sogar auf den Charakter-Editor eingegangen und alles und war alles für die Katze. Ja, ganz kurzen Augenblick, kurz mal ein Schluck Tee. Ah, gute Kräutermischung heute, sehr gute Kräutermischung. Auf jeden Fall war da eine Stunde für die Katz, ich dann schon genervt, so nachgeschaut, Mensch, das ist ja dabei zügig hoch. Und als es dann da war, ich sehe es noch so blinken am Mikrofon, ja, wundervoll, ganz geil. Also, Notlösung, halbe Stunde dauert zwar auch noch lang zum Hochladen und allem, da machen wir am ersten Tag eine halbe Stunde. Ich wollte ursprünglich zwei Parts machen, hat aber nicht ganz so hingehauen. Mittlerweile sind wir zumindest bei jedem Tag ein täglicher Part. Und ich hab mich dann seit diesem Mittwoch durchgeboxt. Entschuldigung, da kam mir gerade etwas, ach egal, und ja, da saß ich dann Mittwoch. Die folgende Woche ist so an mir vorbeigezogen, ich erinnere mich noch am Montag. Montag war so ein schöner Tag, Nachmittag vor allem. Da kam die Sonne so schön reingefallen und dachte mir noch so, heute geht die Zeit aber angenehm langsam vorbei und puff, war Freitag. Well, fuck. Wie ist das denn passiert? Ich muss wirklich sagen, das Spiel, ich wurde seit mindestens zehn Jahren nicht mehr von dem Spiel so vereinnahm wie jetzt von Elden Ring. Es war, es war grandios. Ich hab nicht nur Positives über das Spiel zu sagen, da könnt ihr ganz ehrlich, ja, da könnt ihr euch drauf einstellen. Aber auch vieles Positive. Die ersten Schritte waren natürlich extrem ungewohnt, dass du alles mit, ich spiel ja auf Playstation, alles mit Dreieck, beziehungsweise, äh, Y? Kann das sein, Xbox-Controller ist oben Y? Ja, ihr müsst auf jeden Fall ungewohnt bestätigen. Das und das mit dem Springen war auch etwas ungewohnt. Und ich hatte etwas Sekiro-PTSD, weil Springen, ah... Aber es ging dann. Es ging dann eigentlich ganz gut. Ich hatte sogar eine ganz angemessene Waffe dann gefunden. Hier das Großschwert der Getreuen war das, genau. Und war eigentlich so weit vom Gameplay her. Ich hab's nicht als ganz so hektisch empfunden wie Dark Souls 3, wenn ich ehrlich bin. Ist ein bisschen, bisschen genauer gewesen. So wäre es nur mein Empfinden gewesen, oder... Äh... Ja, anfangs war ich auch etwas sehr skeptisch. Es war eine extreme Umstellung von, äh, vorgegebenen Wegen. Weil wir haben ja vorher auch noch sehr viel durchgekloppert hier. Dark Souls 1, Dark Souls 2, No-Death-Run, Demon's Souls, No-Death-Run. Das sind ja alles Spiele mit vorgegebenen Wegen. Und dann, wenn du jetzt auf ein Spiel kommst, wo du... Ja, hier, ne? Hallo, du kannst überall hin. Da bist du schon etwas... Da fühlst du dich... Lost. Ängstlich. Soll ich jetzt da hin? Man sieht ja auch... Ja. Man hatte gewisse Vorahnungen, wo was ist. Also ich zumindest, ich war jetzt nicht so... Gut, ich war sehr lange relativ unempfindlich gegen Trailern. Und was weiß denn ich alles, weil es mir einfach, ehrlich gesagt, am Arsch vorbeigegang ist. Nicht aus Neugier oder so hat dieser Zwang so, ich will mich nicht spoilern, sondern mir ging es einfach wirklich am Arsch vorbei. Und als es dann da war, ja, der erste Tag, da habe ich ziemlich viel aufgenommen. Zweiter Tag war dann Stormvale Castle, das war dann der Samstag. Und... Ihr wollt gar nicht wissen, wie ich mich in dieser Woche ab Samstag... Donnerstag war ich das letzte Mal einkaufen, ich habe mich eingedeckt. Ich habe mich gefühlt eine Woche von Geflügelsalat, hier der gut und günstig von Edeka, muss ich das sagen. Ich habe mir da vier, fünf Packungen gekauft und Brot. Habe ich mich von Geflügelsalat und Brot, Reis, rote Soße, Hähnchenstreifen, ja, das war meine tägliche Ernährung. Aktuell muss ich ein bisschen schauen, weil ich glaube, ich habe ein bisschen angesetzt, also das muss wieder weg, aber, ja, das war so mein Tagesablauf und es war sehr stressig, weil, ich habe meinen Parts zumindest Wert drauf gelegt, dass immer etwas passiert. Ich schätze, von meinem ganzen Let's Play sind allerhöchstens drei Parts dabei, wo wirklich, zwar Progress gemacht wird, aber nicht so ultra spannend, drei, bei den allen Parts, die ich aufgenommen habe. Und da bin ich eigentlich stolz drauf. Ich habe ziemlich viel Off-Camp gemacht, ja, also es heißt jetzt nicht so, ja, du hast jetzt nur so um die 40 Parts aufgenommen, das sind dann auch nur so 40, nur 40 Stunden, weil ein Part geht ungefähr immer so eine Stunde lang. Ja, das ist das, was auf Band war. Manche Sachen habe ich ja Off-Camp gemacht, wie jetzt Minen erforschen, Ländereien durchstreifen, hier und da was zusammensammeln. Da kann man jetzt natürlich sagen, ja, da wäre ich jetzt auch gern dabei gewesen, wäre es hier und da einen coolen Gegenstand gefunden, den hätte ich auch ganz gern, aber Leute, ach Leute, dafür gibt es doch das Internet, dafür gibt es doch YouTube, ihr braucht doch nur den Namen von der Rüstung, wissen, gebt da einen Elden Ring, meinetwegen, Blythe Armor, oder was weiß denn ich was, und dann, baff, ihr habt ja den kompletten Geiter, halt so. Das ist jetzt auch nicht mehr so eine Sache. Ich wollte mein Display so gestalten, ich wollte die Leute nicht langweilen, ich wollte, dass immer irgendwie was passiert, wir haben auf jeden Fall den Hauptpfad drin, wir haben ein bisschen Abseits, hier und da, Nebenquests, Sidequests, hier und da, und Pipapo, und ja, im Großen und Ganzen bin ich eigentlich, will ich, dafür, dass es fast die doppelte Länge hat, was bei mir, naja gut, wobei, schlechtes Beispiel, Dark Souls 2, ja, es ist ein guter Contester, also Dark Souls 2, bin ich ja eigentlich meistens relativ ausführlich, und da habe ich viel ausgelassen, also, es ist schon viel zu tun, es ist schon arsch viel zu tun gewesen, und auch noch immer noch, und ich hoffe auf DLCs, aber, ja, äh, ich bin ein bisschen abgespiffen, auf jeden Fall, die erste Zeit am Anfang, war okay, ich wusste, es gab Gegner, mit denen ich mich nicht anlegen wollte, den, den Missgunst natürlich vieler anderer, wie zum Beispiel der Erdnritter am Anfang, wenn du hier, aus dem, aus der Gruft rausmassierst, ich lasse es zu tollen Gebieten, das, ah, das lassen wir mal weg, weil das ist ja eh, das ist doch Schwachfuch, das kannst du eh jederzeit nachholen, und, ähm, den ließ ich halt weg, den Erdnritter, weil ich wusste, ja, vermutlich kann ich ihn besiegen, du, du kannst auch in allen anderen Solstern, alles irgendwie besiegen, wenn du genug Zeit und Geduld mitbringst, und ich fand es irgendwie ein schlechtes Argument, so, ja, du kannst ihn jetzt killen, dann bekommst du so und so viel Ruhen, ja, dann hab ich halt Ruhen in Level investiert, und, naja, bin ich halt etwas stärker, so, sieben, acht Level, als ich vielleicht sein soll, und dann, und ich erkund halt einfach die Welt, letzten Endes hab ich mich dann für zweiteres entschieden, mein schlechter Orientierungssinn, und, dass ich mich da zwei, dreimal vielleicht beim Map lesen etwas verhaspelt hab, das hat ja dann auch noch sogar geholfen, das war sogar ziemlich gut, ich erinnere mich da an, lasst mich nie lügen, ah, das Part, sieben, acht, oder neun, es ist auf jeden Fall der Part, wo ich vor Stormvale Castle bin, mein, einer meiner besten Freunde hier, der Chris, hat mich dann aufmerksam gemacht, ja, du gehst jetzt hier von der Stormvale Hütte hier, gehst du dann hier dann links, und dann gehst du zum Schloss, und ich sag, ja, Moment, aber ich bin doch da dann hier, und dann links, und als ich dann gemerkt hab, Moment, da ist sogar so eine kleine Abzweigung, so ein Weg direkt zum Schloss hin, scheiße, ich bin um das Schloss außen rum, ich hab diese Abzweigung nicht so mitgeschnitten, und bin außen rum, und dachte, kommst du von hinten dahin, oder keine Ahnung, nein, nein, ich hab andere Gebiete davor dann gemacht, das sieht man da im Display dann, was jetzt nicht schlecht war, ich kam da eigentlich ganz gut zurecht, ich war vielleicht sogar für Godric etwas, etwas gut gerüstet, und gut gelevelt, ich hab da trotzdem zu kämpfen gehabt, ja, naja, gut, On-Cam halt einfach, bisschen Stress, bisschen Druck, ist halt so, ich wollte jetzt auch nicht so viel schneiden, und, ja, so hat sich das halt dann ergeben, eins zum anderen, und irgendwann hat sich's eingestellt, Mensch, wenn du wohl nicht weiterkommst, die Welt ist so riesengroß, dann musst du halt einfach erkunden, es gibt echt so extrem viel zu sehen, auch heute noch, heute ist jetzt, Mittwoch, ich bin am Sonntag fertig geworden, hab vorhin noch ein ganzes Flatschen, äh, Landgut entdeckt, was ich noch nicht erkundet hatte, da waren glaube ich drei, vier Graces, die ich noch nicht aktiviere, also, Gnade, Orte der Gnade heißen die, genau, drei, vier Stück, und, well, ja, ich hab jetzt, hab ich da was Interessantes gefunden, weiß grad gar nicht, hm, ich glaub nicht, oder doch, hm, du wirst dir, das ist diese Degadenz, wenn du's durchgespielt hast, dann ist dir ohnehin alles egal, naja, na doch, es war da was schon, denk ich mal, und, ganz kurz einen Augenblick, nach dem Durchspielen kann ich sagen, harte Anwärter auf Game of the Year, ganz, ganz harte Anwärter, ich mein, ich will jetzt God of War zum Beispiel nicht schlecht reden, da freu ich mich auch drauf, oder Breath of the Wild 2, aber, es ist halt so, als hätte ich ein Dark Souls und Breath of the Wild ein Kind gehabt, und, ich kann's ja auch nicht anders erklären, ich hab, ich hab da wie so ein Loch in meinem Leben, jetzt auf einmal, ich hab am, am Mittwoch angefangen, bin's chillig angefangen, hier das Ganze, und, 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 die, die ganze Woche ist irgendwie so vorbeigezogen, ich hab viel mit meinem Kumpel geredet, hier den Chris, und, und, und überhaupt, und dieses Austauschen, und warst du da schon, und, wir haben uns gegenseitig da immer ein bisschen was zugeschanzt, und hier und da, und warst du hier schon, nee, und, das war richtig geil, das war wie damals Dark Souls 1, dieses, dieses untereinander Austauschen, warst du hier, und nein, und, oh, guck mal, und da kriegst du den schon, und, und, und hier ist ein Talisman, weißt du, was ich gefunden hab, nee, und, das war ultra cool, verdammt war das geil, kann man jetzt auch sagen, ja, und die Steuerung, und ich mag eher dieses Linear, und, ich hab mich lange, wirklich mindestens 10 Jahre nicht mehr in dem Spiel so verloren gehabt wie hier, und als ich dann am Sonntag durch war, war natürlich die Erleichterung riesengroß, das war, so, lass mich nicht lügen, 14.30, sowas war ich glaube ich fertig mit dem Spiel, und, dann hab ich mich ein bisschen zurückgelehnt, natürlich erstmal alles wirken lassen, mir hat nicht mehr viel auf die Platin-Trophäe geführt, das hab ich noch so zusammengefarmt, aber, dann, das war einfach so, so stumpfes Fahren, weißt du, so Orte ablaufen, hier und da, ein bisschen was sammeln, und so ab 17 Uhr dann, hat's aber dann langsam schon so ein bisschen gedämmert, so, du bist jetzt durch, das Display ist abgeschlossen, da ist jetzt nichts mehr mit so engen Zeitschema, wie früh um sieben aufstehen, ich hatte meine Wecke jeden Tag gestellt, sieben Uhr aufstehen, und durchgeackert, ich bin teilweise abends um eins ins Bett, nachts, von Mittwoch bis zu diesem einen Sonntag, also Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, dann die ganze Woche durch, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, und am letzten Sonntag, da bin ich gerade so fertig geworden, weil Montag musste wieder losgehen, da, da war da nichts mehr mit, mit Elden Ring, da wär dann schwierig gewesen, hab's volles Rohr durchgezogen, ich bin mit 110 Stunden oder sowas, aus dem Spiel dann raus, also als ich's dann fertig hatte, wie mit dem Charakter und allem, Hui, kann man sagen, ja was für ein Freak, ich mein, ich hatte unglaublich viel Spaß, es war schön, nicht nur das, ich hab auch gesehen, viele Leute aus meiner Freundesliste und so, die nie was mit Souls am Hut hatten, hatten auf einmal Elden Ring, und da bin ich mit jemandem dann auch wieder ins Gespräch gekommen, dem helfe ich ab und zu mal aus, derjenigen, und, ja, es ist schön, wenn du mal den richtigen Anfängern helfen kannst, die freuen sich da auch drüber, ich spiele, ja, oh, muss ich anmerken, ich hab mir deswegen sogar mal eine Monat PS Plus gegönnt, wow, hart angelegte 8 Euro, ja, aber das ist schön, ich helfe lieber Anfängern, wie wenn ich jetzt irgendwie mit Leuten zusammenspiele, die schon wissen, was sie tun, und, es ist eine schöne Zeit bisher, wenn ich mal helfen kann, bei Anfängern oder so, mache ich das wirklich sehr gerne, natürlich kann man jetzt immer sagen, weißt du, bist schon durch, ja, schon, ich hab jede Minute, naja, Genossen ist jetzt dahingestellt, man kennt meine Kurzvideos und Zeug, also es gibt Stellen in dem Spiel, da hab ich schon hart dran gekratzt, dass ich meinen Verstand verliere, naja, was heißt verlieren, also halt, ankratze, ein bisschen mehr als sonst, man kennt's ja so von mir, ich versuche das auch möglichst alles Spoiler-frei zu halten, also ein ganzer Podcast und so, und, ähm, ähm, ja, es hat seine Hoch- und Tiefs, es gibt Dinge, die finde ich etwas störend, wie das Crafting-System, zum Beispiel eben, wenn du das Inventar aufmachst, also diese, du drückst die Optionstaste, beziehungsweise die Pause-Taste, und dann kommt hier, ähm, deine Ausrüstung, Crafting, und dann Inventar, und so dieses Muscle-Memory ist einfach, Ausrüstung, Inventar, wie oft ich in diesem dummen Crafting-Menü gelandet bin, und dann, wenn wir schon mal bei Crafting-Menü sind, die einzigen Dinge, die ich jemals gecraftet habe, waren, tatsächlich, äh, war Gegengift. Ich spiele ja nicht online, sprich, ich muss dieses Gelbfinger-Pulver-Zeug nicht herstellen, weil, war ja nicht drin, ich hatte bis zu dem Zeitpunkt kein PS Plus, ich hatte es wirklich erst am, Freitagabend, und, äh, ich kann kein Let's Play machen, wo ich immer alles solo gemacht habe, und dann lasse ich mir von irgendjemandem helfen, das ist, das geht halt nicht, wisst ihr, das, das, das kann ich nicht machen, das wäre doch scheiße, das geht doch nicht. Auf jeden Fall, habe ich es alles solo durchgezogen, und dann wären wir schon bei dem einen Punkt, ja, na ja, so solo war das jetzt nicht, also, oh, bei Elden Ring tun sich da ganz neue Abgründe auf ganz schwieriges Thema, ah, also, ich habe absolut offline gespielt, weil ich hatte kein PS Plus, ich konnte nicht online spielen, ging nicht, weil ich keinen Interesse dann hatte, und dann kannst du ja mit dieser geilen Glocke, die du von Rani bekommst, oh, fieser Spoiler, ich habe jetzt die erste Viertelstunde des Spiels gespoilt, wow, ganz schlimm, ist jetzt auch egal, die du von Rani bekommst, da kannst du ja diese Aschen beschwören, das sind so lila leuchtende Typis, die da im Kampf zur Seite stehen, das können Soldaten sein, Quallenfreund, irgendwas, halt alle Gegnerarten, oder bestimmte Typen halt einfach, je nachdem, was du da equipst, und die stehen dir einfach bei, bei bestimmten Kämpfen, du kannst sie nicht immer beschwören, sondern eigentlich nur bei harten Bosskämpfen, dann kannst du dir die beschwören, und die helfen dir dann, eigentlich ziemlich cool, und ich nutze die auch eigentlich nur als Punching Bags, und auch da muss man sagen, sind die Bosse immer darauf getrimmt, der, der ihnen den meisten Schaden macht, sie den Hass auf sich, also im Zweifel war das dann wohl ich, weil meine Typis halten zwar viel aus, sie teilen aber nicht so viel aus, wenn ich hingelangt habe, dann hat es schon weh getan, und wenn dem Boss was weh getan hat, dann, du kleine Drecksau, ich hab doch gar nichts gemacht, so ähnlich lief das immer ab, und, ähm, ja, ich empfand es als eine Erleichterung, vor allem gerade bei Bosskämpfen, wenn es zwei, oder sogar manchmal mehr Gegner waren, finde ich es eigentlich nur fair, und es ist eine Option, als jemand, der ohnehin nicht viel gezaubert hat, außer in bestimmten Bereichen etwas später, will ich aber jetzt auch nicht groß darauf eingehen, weil ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt, wenn das als Play läuft, bin ich noch nicht so weit, äh, fand ich das eigentlich ganz gut, und hatte meine Mana-Leiste wenigstens eine Bedeutung, weil ich bin niemand, der die Weapon-Arts großartig nutzt, weil sie meistens ziemlich schwachsinnig sind, und, ja, das war mir eigentlich sehr dienlich, sie waren für mich einfach Punching-Bags, ja, kann man halt sagen, ja, wir sind noch verbündet, und, dann gibt es auch noch die anderen, ja, aber du hast sie trotzdem beschworen, das ist Busverfälschung, und, tut mir leid, aber, es ist mir scheißegal, wenn es Busverfälschung ist, und es immer noch nicht geil genug ist, dann sage ich zu derjenigen Person, herrgott, geh da rein, zieh all deine Kleidung aus, all deine Waffen ausziehen, und bekämpf den Bus, mit bloßen Fäusten, weil es gibt nichts Ehrenhafteres, wenn dein Fleisch auf seine Rüstung knallt, und das immer und immer wieder, bis er irgendwann zu Boden sinkt, willst du nicht machen, dauert dir zu lang, ah, ich glaube, wir nähern uns allmählich mit der Meinung an, sehr schön, das ist natürlich Schwachsinn, aber, ihr wisst, die Message, die dahinter steckt, und ich hatte einfach keinen Bock darauf, hier, wenn ich die Mittel, und das Zeug zur Verfügung habe, das ist jetzt nicht wie Online-Spiel, dass ich mir jemanden gnadenlos, OP ruf, und was weiß ich, der genau weiß, wie das funktioniert, es waren doch einfach lediglich Punching-Bags, aber selbst das, wurde einem immer so übel genommen, so, ja, du beschwörst immer mich, blablabla, er kann doch nichts dafür, wenn andere Leute so dumm sind, und beschwören nichts, so, mir scheißegal, ich wollte das Spiel auch vernünftig spielen, und wenn mir das so in die Hand gelegt wird, dann nutze ich das, was ich habe, um Himmels Willen, ja, aber, nix, aber, ich habe mich öfters bei dem Spiel dabei erwischt, wenn man zum Beispiel in den Stollen runtergeht, wisst ihr, vom Aufzug aus, kannst du dich auf so Vorsprüngen abrollen, und da liegt dann Loot, und dann, wenn du zum Beispiel runter willst, oder auf eine andere Ebene, dann steckte das von Souls zum Beispiel noch so tief in mir drin, dass ich einfach Kreis gedrückt habe, und habe mich auf die andere Ebene runtergerollt, und bin manchmal echt arschknapp, gerade ist er auf die Ebene da runter angekommen, und irgendwann so, bim, shit, das ist ja dieses Spiel, du kannst ja springen, well, fuck, ja, das sind halt einfach so Dinge, die mir halt eben passiert sind, und aufgefallen sind, hin und wieder war ich bei dem Spiel auch echt lost, und war ein bisschen verzweifelt, ein bisschen sehr verzweifelt, aber irgendwann habe ich auch dann für mich erkannt, das Spiel will erkundet werden, du sollst die Welt erkunden, klar, du kannst dich durchboxen, von Boss zu Boss hangeln, aber das ist eigentlich gar nicht so gewollt, das ist gar nicht der Sinn da, dahinter, das nützt dir auch nichts, du kannst jetzt, meinetwegen, das ist jetzt nicht gespoilert, einer der ersten Boss hier, du kannst Margit angehen, du struggelst aber schon hart gegen Margit, du willst dir kein NPC dazu rufen, was, meinetwegen, wenn es dir einen Stolz nicht hergibt, dann kannst du das gerne tun, wenn du gerade Videos oder sowas machst, oder Streams, dann ist es für die Leute relatable, wenn du es nicht machst, dann, herrgott, wer will es denn nachvollziehen, und wenn es dein eigener Stolz ist, dann ist es dein Problem, aber, stell dich darauf ein, wenn du struggelst, Elden Ring wird nicht leichter, es wird nur schlimmer, es wird nur immer schlimmer, und wenn du an der Stelle bist, wo du struggelst, und du weißt, du könntest was dagegen tun, dann erkunde die Welt, mach was in deiner Macht steht, und tu was dagegen, aber quäl dich nicht von einer Challenge zur nächsten, oder von einem Boss zum anderen, das geht nicht gut aus, und es wird bestimmt nicht gut ausgehen, weil du rennst irgendwann gegen eine Mauer, du rennst irgendwo dahin, wo dich dann was one-shottet, und das ist was, willst du ein Spiel erleben, was ein One-Shot-fest ist? Glaube ich nicht, oder? Weil das ist schon scheiße, wenn du jetzt in den Bosskampf reingehst, mit dem Gedanken im Hinterkopf, und du weißt, wenn er dich erwischt, ist es vorbei, und das ist nicht der letzte Endboss, das ist einfach irgendwie so ein Billobimbo, der jetzt da hergetingelt kommt, das ist so, oh, hey, schau mal, hallo, ich bin der Günther, mit dem Schildkrötenpanzer auf meinem Rücken, ich kann mit dem Zauberen irgendwas tun, und wenn ich dich anzauber, dann geht's, und dann bist du tot, und das ist nur hier der Billogünder, mit Schildkrötenpanzer auf dem Rücken, das ist noch niemand relevantes, dann kommen wir mal zu den richtig anspruchsvollen Kämpfen, das ist natürlich dann nicht so cool, und dann, kam bei mir irgendwann das mal, dass ich mir dachte, ja, Mensch, ich reiß mir da jetzt nicht so ein Bein mehr aus, Entschuldigung, wie gesagt, ist ein bisschen später schon, aber ich empfinde es jetzt als relativ sinnvoll, das aufzunehmen, und dachte mir halt dann eben, es ist schon sinnvoll, hier die Welt zu erkunden, und natürlich wäre es halt auch extrem relevant für ein Let's Play Projekt, und das war der Punkt, wo ich mir dachte, Mensch, ich mache das jetzt so, wie ich das denke, ich nehme das nicht großartig was auf, außer es passiert wirklich was extrem krasses, dann kann ich es jetzt nur noch einschneiden, beziehungsweise kurzfristig damit einschieben und mit aufnehmen, aber das ist sinnvoller gewesen, ansonsten wäre das eine unendliche Odyssee geworden, und ich wollte die Parts wirklich, wie gesagt, auch spannend halten, dass möglichst immer irgendwas passiert, dass man sagen kann, okay, in dem Part ist das und das passiert, irgendetwas Nennenswertes wollte ich im Part haben, und ich schätze, das habe ich ganz gut hinbekommen, das sehe ich dann jetzt auch, wie es jetzt ankommt, aber bisher ist die Resonanz eigentlich ziemlich okay, ganz gut, und ja, steuerungstechnisch kommen wir mal auf die Spezifikationen von Eldenbring darauf zu sprechen, Steuerung, man mal ein bisschen überladen, ich war mit meiner Hauptwaffe oft ein bisschen dumm, ich hätte die Fähigkeit einfach so nutzen können, aber ich war immer auf dem Trip, ich muss erst meine Waffe beidhändig nehmen, um dann die Fähigkeit nutzen zu können, dabei bin ich lange mit einem Schild rumgelaufen, der keine Zweitfähigkeit hat, sprich, ich hätte einfach nur R2 drücken müssen, und ich hätte dann die Fähigkeit meiner Schwertes nutzen können, habe ich leider viel zu spät festgestellt, hm, aber egal, irgendwann im Letztplay habe ich es nicht mehr gemerkt, aber so privat ist es mir dann aufgefallen, so, Moment, dein Schild kann ja gar nichts, wieso drückst du nicht einfach R2, und dann hast du instant wieder ein Schild in der Hand, und so, oh, yeah, well, hm, das war jetzt nicht die beste Aktion, ne, naja, es gibt Stellen, Mechaniken und Dinge, die mich sehr gestört haben, wie zum Beispiel, ich hatte es schon öfters angesprochen, dieses Rubberband, ich vergleiche es gerne mit so Funracern, sei es jetzt Crash Bandicoot, Team Racing, Mario Kart, egal was, ihr kennt Funracer, da gibt es ja oft dieses Rubberband-System, sprich, ihr könnt zwar Erster sein, aber ihr könnt euch nie wirklich absetzen, da die gegnerischen Fahrer immer mit euch einigermaßen mithalten, da sie schneller fahren können, als ihr eigentlich fahrt, um dieses Erlebnis künstlich spannend zu halten, ne, ihr versteht schon, was ich meine. Ähm, so ähnlich haben sie es auf, äh, Eltonen gebertragen. Der gute Maximus, high an der Stelle, einer aus unserer Community, der hat es sehr gut in Worte gefasst und sogar niedergeschrieben, Entschuldigung fürs Geschniefe, äh, dass es tatsächlich so ist, dass es immer der Damage, den du oftmals von Gegnern kassierst, beziehungsweise mächtigeren Gegnern, dass er immer so fluktuiert zwischen 51% Damage oder 49% Damage. Also es ist eine 3% Fluktuation dazwischen. Du frisst entweder die Hälfte Schaden, knapp unter der Hälfte oder knapp über die Hälfte, also 49, 50 oder 51%. Sprich, du bist immer Two-Shot. Es kann passieren, dass du zweimal hintereinander 49% erwischst. Kann passieren. Wow, dritter Hit, überleb mal mit 2 HP als Beispiel. Das ist jetzt nicht die Welt. Das wird dich vermutlich, wenn du Panic healst, das wird sich der Boss nicht mit anschauen oder der Gegner. Dann bist du tot. Das finde ich ein bisschen extrem nervig. Du kannst keine Rüstungen verbessern. Why? Why? Wenn ich meine Rüstung irgendwie verbessern wollen würde und man weiß irgendwann ab einem gewissen Zeitpunkt, okay, hier bekomme ich die und die Materialien garantiert her. Hier und da. Warum kann ich das denn nicht? Rüstungen fühlen sich oftmals so belanglos an. Du trägst zwar was, aber bringst dir was nicht wirklich. Und das ist schon irgendwie nervig, weil du immer irgendwie, du spielst, schaffst, den Boss, der hat dir immer 50% ungefähr wehgetan, der tut dir immer sehr weh, wenn du da warst und dann kommst du zum nächsten und dann, ja, nächster Boss, fast das gleiche Spiel fährt, haut dir ein bisschen mehr rein. Es ist immer dieses Schreckliche, wirst du zweimal getroffen, es ist vorbei. Und das ist, das ist irgendwie dumm. Ich hätte jetzt gesagt, ja gut, ich bin nur mit Stoffkleidung unterwegs gewesen, dem war aber nicht so. Auch irgendwie oftmals haben Gegner, ich nenne es mal Priorianangriff, Priorität, Vorrang, das vorrechtlich anzugreifen. Du kannst den Gegner eindecken mit Angriffen, sobald er bei einem Gegenangriff startet, ist es meistens likewise so, dass sein Angriff dich erwischt, bevor du deine Kombo weiterführen kannst, was Bullshit ist. Aber es ist wohl so, ist mir zumindest aufgefallen. Vielleicht täusche ich mich da, aber glaube ich nicht. Und Gegner haben halt auch irgendwie so ein bösartiges Dragging. Meinetwegen, Gegner prügeln sich gerade mit euren Helfern, ihr kommt dazu, macht irgendwie viel Damage, macht einen Sprungangriff, der gezielt auf eure Helfer geht und in der Luft auf einmal merkt er, oh Mensch, der ist gerade da, der hat so viel Damage an mir gemacht und macht einen 360 in der Luft, in der Luft, obwohl er schon in der Luft steht. Oh Moment, und erst mal bombt er dann auf dich zu und dieser Bomberangriff, der killt dich natürlich instant. Deine Helfer nicht unbedingt, aber du bist natürlich so bütz, tot, Hallöchen Marika-Statue und nochmal dieses Elend von vorne. Es ist immer wieder ein Abenteuer gewesen. Beziehungsweise Marika-Statue war noch der Bestfall. Wenn es scheiße lief, Shout of Grace, hast du erst mal ein bisschen was zu laufen, viel Spaß dabei. Ja, aber es sind halt einfach Dinge, Entschuldigung, ich muss nur kurz gerade schauen, weil ich hatte Angst wegen Katze, die hat gerade, ich wollte nicht, dass sie von der Fensterbank fällt, sie hat sich gerade gedreht beim Schlafen und ja, das sind halt einfach so Kleinigkeiten, klar, die haben mich abgefragt, aber für jetzt einfach diese allgemeine Hinnehmerei von all dem Scheiß von Souls und für jetzt auch einfach das Gesamtpaket, was mich einfach extremst überzeugt hat, diese ganze Reise, dieses Freie erkunden können, die Geheimnisse hier und da, das ist jetzt nicht einfach, dass du in Dungeon-Sachen findest du auch an der Oberwelt, da findest du da einen Gegner oder hier einen MPC und da und eine Rüstung und überhaupt und ah, es war einfach so wunderschön. Es geht auch vermutlich so weiter, ich hab ein bisschen was noch in Planung, aber es war toll, es war wirklich sehr schön. Und ja, deswegen ist es für mich aktuell sogar mein Spiel des Jahres, wenn ich jetzt nicht auf viele Sachen so nicht eingehen kann oder eingehen will, ich will jetzt keine Bosse anführen, weil das ist ein ziemlich früher, nenne ich mal Podcast, aber ja, für mich ist es das beste Spiel seit über 10 Jahren, das hat sich so viel Spaß und so eine Abenteuerlust und diese Gefahr und Angst und auch irgendwie diesen Antrieb hatte, was zu erkunden, was noch nicht andere vor mir gesehen hatten, das war das letzte Mal wirklich Dark Souls 1 und das ist jetzt schon zwölf Jahre, elf Jahre her, elf Jahre sind es jetzt, wow, das Spiel hat mich so vereinnahmt, es war eine höllische Woche, gebe ich zu, sie war stressig, wie gesagt, früh um sieben aufstehen bis meistens nachts um eins wach, ich bin dann wirklich teilweise ins Bett gefallen, sofort eingeschlafen und früh Kaffee in die Tasse und weiter geht's, es war, es war schlimmer als arbeiten, aber es hat Spaß gemacht, es hat einfach schrecklich viel Spaß gemacht, die Tage sind, wie gesagt, die Woche ist verflogen, Montag weiß ich noch und auf einen Schlag, buff, Freitag, was ist mit den anderen Tagen passiert, es war, holy shit, es war großartig, es war einfach großartig, auch die Gespräche, was man jetzt so nicht mitbekommen hat, ihr zum Beispiel, ich saß oftmals abends auf meiner Couch, hab mit meinem besten Kumpel ein bisschen gequatscht, telefoniert und so und, äh, war schön, es war richtig schön, haben wir uns über Elden Ring ausgetauscht und was hast du erlebt, ah, ich bin da und da, ah, ja, da war ich schon und das ist richtig, wieso, als würde man einen guten Bekannten auf seiner Reise wieder treffen und was hast du so erlebt, ach, das und das und dann, na, da gehen wir ein Stück des Weges gemeinsam, so ungefähr muss man sich das vorstellen, es war, es war eine tolle Zeit, es war eine wirklich tolle Zeit und ich hoffe auf ein DLC, einen schönen Ausufernden, kann durch größer werden, aber schauen wir mal, und mein Resümee, es kommt noch ein bisschen was dieses Jahr, Gott auf Objekt eine fantastische Einzelspielerfahrung, aber wir da nicht rankommen, schätze ich, für mich, es wird mich emotional vermutlich ein bisschen mehr mitnehmen, als das, na wobei, Elden Ring hat mich schon ganz schön in den Wahnsinn getrieben, also, ich glaube, da hat schon das ein oder andere graue Zellchen oben, so ein Knicker jetzt weg und ab und zu, so, ich meine, es gibt ja diese legendäre Stelle, zum Beispiel, Margit, oh Margit, Mensch, willst du auf einem Rosenmontagsumzug, willst du wieder Männer die Schlips abschneiden, und ihr wisst auch, was ich hinaus will, das als Beispiel, es gibt noch mehr solche Stellen, es gibt noch viel, viel mehr solche, aber, es ist alles in allem, ich hatte eine tolle, eine fantastische Zeit mit dem Spiel, und ich vermisse es jetzt schon, kennt ihr diese Lehre, wenn ihr mit was fertig eigentlich seid und nicht so genau wisst, was jetzt mit euch anfangen sollt, ja, das hab ich aktuell, ich bin immer noch irgendwie so in diesem Arbeitsflow, auch, obwohl, wenn ich das jetzt aufnehme, ist jetzt eigentlich schon aktuell Mittwoch, es fehlt mir, mir fehlt dieses, dieses spätabends da sitzen, Handy da liegen haben, was nachforschen, und oh, da hat wieder mal was Neues rausgefunden, und alles mal gucken, und cool, und es ist, ja, es kommt alles einem irgendwie gleich ein bisschen wie der Triss da vor, aber es hat einen festen Platz in meinem Herzen, ja, das hat es tatsächlich, und es hatte auch sehr viel lustige Stellen, ja, im Nachhinein auf jeden Fall, naja, das ist jetzt so mein Review dazu, ohne zu spoilern, ohne möglichst wenig zu spoilern, und jetzt könnt ihr gar nicht drüber schreiben, was ihr davon haltet, für mich ist es das Spiel des Jahres, bis jetzt, wenn Breath of the Wild 2 daran jetzt nichts endet, wow, es ist ja für mich schon bereits im Februar gelaufen gewesen, ist ja auch schön, nice, na gut, dann, erzählt mir mal, ihr Guten, wie war für euch die Reise so, und wenn ihr noch dran seid, wie lief sie bisher für euch so, ich kann für mich sagen, ich hatte wirklich lange nicht mehr so viel Spiel, und ich hatte schon lange nicht mehr so viel Spaß mit einem Spiel vor allem, mit Elden Ring, na gut, dann haut mal in die Tasten, und ich bedanke mich für eure Zeit, vielleicht habe ich jetzt nicht viel geredet, und viel, und doch nichts gesagt, aber, ich will auch nichts kaputt machen, die Reise muss jeder für sich selbst erfahren, also gut, dann, bis zum nächsten Mal, jo, bis demnächst dann, tschüss, bis zum nächsten Mal, Vielen Dank.